So, hallo und herzlich willkommen zum Gordon Ramsay's Kitchen Nightmare. Es gibt jetzt hier leckeren Fuß. Also leider, was wir nicht auf die Aufnahme geschafft haben, weil es so schnell ging. Wir wurden nachts von zwei Besuchern besucht. Und ich bin zweimal fast gestorben. Und bin jetzt am Keuche aus dem letzten Loch, deshalb muss ich jetzt schnell was essen. Wir haben auf jeden Fall unsere Hütte etwas demolieren wollen, das habe ich nicht zugelassen. Ich habe mir ein bisschen die Zähne ausgeschlagen. Oh mein Gott, weißt du, wie lange man braucht, um da fit zu werden? Die Ausdauer, ich bin... Hä, du brauchst... Ja, wir sind ein Stück Hüttenfleisch auch draufgeschmissen. Alter, what the fuck, was war das? Was, was? Hey, hey, hey! Au, au, warum sterbe ich? Ach, schau, ich bin umgekippt. Äh... Ja, mit E einfach wieder mit dem... Ich danke dir. Äh, ich, ich, ich hackstücke nochmal schnell den Typen, weil, ähm... Wir haben echt die Arschkarte. Wir haben echt die Arschkarte hier. Also wir kommen nicht zu dir. Ich würde sagen, wir müssten auf jeden Fall dann, äh, uns einen neuen Spot suchen. Ja. Definitiv. Also das, das ist scheiße jetzt hier. Die werden keine Ruhe mehr geben. Nee. Die werden echt keine Ruhe geben. Bis sie ins Tod haben, ja. Äh, jetzt mal kurz... Ah, der hat noch ein Bein. So, ich hau jetzt mal was drauf. Wenn die uns entdecken, dann ist es vorbei. Und dann glaube ich, wer ist das ganze Lager, wo wir sind. Ähm, ich geb dir mal noch kurz hier was zum... Nein, ich will wissen, was das ist. Das ist nicht. Komm, Chris. Jodo, oder? Nein, bist du bescheuert, man? Ja, schon. Jetzt warte erstmal hier... Du bist erst noch low, Alter. Jetzt warte erstmal, lass uns das fertig essen. Und dann... Wir können auch schlafen gehen, wenn du willst. Jetzt können wir gleich pennen. Ja. Machen wir. Aber erst mal hau dir das Zeug rein. Weil, äh, du brauchst echt herauf. Das ist brutal. Ähm... Ich möchte gern noch mehr von dem Körper. Aber man kann sicherlich. Doch, jetzt. Ah, schau dir jetzt doch was zu leben. Was hat mich denn so gekillt davor? Warum hab ich denn... Hier noch ein bisschen schrökelt und vielleicht hab ich auch drauf geschmissen, da. Hier, ess mal. Das ist eigentlich die Zähne. Ja, das sind Zähne. Bin voll, hab gegessen. Okay. Warum brennt hier alles? Äh, ja, stimmt. Warum brennt das? Da haben wir scheiße gemacht beim vorher machen. Ist das das Fleisch, was noch drauf lag und es verbrennt jetzt? Äh, ich weiß nicht. Okay. Ja, scheiß drauf. Ja, ist nicht unser Problem. Ähm, vor kurzem, ich schmeiß nur kurz den... Was ist eigentlich der Kopf? Was bringt denn der? Weiß ich nicht. Du kannst mit ihm Liebe machen. Aber warum gibt's den? Kann man kombinen? Kann man den auf dieses Ding draufstellen? Ich weiß nicht, wie ist mir den... Ich muss mal in das Logbook reingucken. Wo ist denn jetzt diese Missionsziele eigentlich? Genau da, wo die Häkchen sind. Ja, find Timmy. Also da kann ich ihn nicht draufstellen. Aha. Cognitive feeling and pain. Aha. Gewicht. To do. Naja. Wow. Auf jeden Fall, da gibt's einen Kopf. Den kann man irgendwie mit was kombinieren. Crafting. Knochen. Aha. So. Ich hab gesagt, wir gehen jetzt einfach ähm... Michi, ich hab gesagt, wir gehen pennen. Ja? Mhm. Okay. Okay, dann... So, dann pennen und... So. Alter, das ist echt... Also entweder, entweder... Also gibt's jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen uns so viel Fallen hier auf, dass... Ja, das ist Schwachsinn. Die werden jetzt permanent angreifen. Okay, also... Was willst du fallen? Hauen wir jetzt kurz und klein noch ab. Genau. Aber wir sollten den ganzen Scheiß mitnehmen, ne? Wir sollten den auf jeden Fall machen. Hä, wo ist der Schucklittenpanzer hier? Was ist denn hier eigentlich? Der ist weg. Keine Ahnung. Der ist weg. Der ist weg, down. Ist er down? Keine Ahnung. Kann man die Obkappung herreißen? Ich weiß es nicht. Kann man? Ja, kann man. Du hast das Ladefeuerkappen gemacht. Kann man? Ich kann's nicht mehr aufnehmen. Nee, also kann man's nicht. Gut. Dann gehe ich nur... Ich kenne eine Schucklitte, dass wir nächstens das haben und dann müssen wir irgendwo anders hin. Aber die Frage ist wohl, in die Richtung wo das Flugzeug normal ist und dann uns umschauen. Ja, okay, warte kurz. Ich nehme dieses Lockpick mit, okay? Ich nehme alles mit, was wir können. Oh, leck. Äh, das braucht mega Ausdauer. Scheiß drauf. Dann lass es. Nee, das ist nicht mit. Das ist wahnsinnig. Wir wissen überall Bäume. Was ist das? Stämme rumschleifen die ganze Zeit. Nein, das ist absolut Schwachsinn. Lass es. Lass es. Lass es. Ich habe einen Schlitten gebaut. Ja, du kannst noch einbauen. Die nimmt dir ja auch keiner weg. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo eine Anhell finden. Ah, man kann. Ich finde es geil mit den Haikopfen. Ähm, und wenn wir die nächste Nacht erstmal auf das Schiff gehen? Äh, das ist sogar mal neuer Tag. Das ist ein Zwischenstopp. Ja, erstmal wir fangen an, das zu bauen und dann gehen wir aufs Schiff. Da müssen wir erstmal keine Hütte bauen, was sehr lange Zeit braucht. Was müssen wir jetzt bauen? Keine Ahnung. Was hast du für eine Idee? Gar nichts. Deshalb sage ich, ich brauche Schröten, dass wir immer uns wenigstens ein Wasserding wieder reservieren können. Die sind Schröten, die sind hier. Zwei Stück von mir. Drei Stück. Geil, ich komme. So. Und ich such mal ein Versteck dabei, ok? Ich such mal ein Ort. So. Genau. Ich werde aus der Axt nicht schlau, wann ich senklich taue und wann ich waaglich taue. Du musst nach unten gucken, dann schlägt er nach unten. Ah, wenn ich da vorne gucke, alles klar. Ja. 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 Trotzdem scheiß System. Ein scheiß Film. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal. Äh, Michi? Ja? Freunde? Äh, ich glaube ich habe hier in den entferntesten drei Leute weglaufen sehen. Na super. Äh, also hier ist Wasser. Ja, also wir sind echt, ich finde das voll schwer, Mann. Zynisch bin die, Alter. Die können doch nicht so Schwierigkeitsstufe anheben. So, krass. Von, das ist normal. Wenn die so zwei Leute an die Höhe sind. Ach so. Gab es doch Easy? Ja. Ja. Oh geil. Äh. Was sind denn das da? Tu mir deinen scheiß Karren. Alter, ich glaube das ist ein Monster. Was? Wo? Also wenn es da hier sind, dann bin ich gleich tot. Hä? Ja, ich habe da was gefunden. Ja, hinten, ja, staubs durch die Gegend. Oh Gott. Wir fragen ihn nach dem Weg, okay? Lass mich das reden. Äh, ja, das ist ein Typ, da sind wir hier. Oh mein Gott. Zwei Stück. Lass mich reden mit denen, okay? Okay. Entschuldigen Sie, Sir. Wir sind an einem guten Platz. Oh, oh. Er hat einen Stock. Sir, ich will nur reden. Ma'am. Ma'am. Oh, Ma'am. Sieht doch heiß aus. Okay. So, ihr zwei. Scheiße. Ich mache euch jetzt kalt. Jetzt kommen sie. Komm. Komm her. 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 Ich nehme mich mit für die Nacht. Ja, hier. Seemars Bestattung. Da. Aber da gibt's doch zu essen, die Alten. Die können wir doch hier. Ja, komm. Läuft da. Wir müssen hier weg. Schon wieder? Wo ist ein Zelt? Das looten wir mal. Ah, stimmt's. Und dann gehen wir mal weiter in nördliche Richtung. Sollten wir machen. Einen Kochtopf, den brauchen wir auf jeden Fall. Wenn da was zu trinken, dann sag Bescheid. Nee, aber hier ist ein überlegenes Ding. Falls du wahrscheinlich ein Flugzeug verpennt hast. Sonst ist da gar nichts drin. Wie kann man denn crouchen? Äh, Steuerung, also links. Oh Gott, steuern, Alter, dann bist du scheiße. Wir müssen hier weg. Der eine Typ ist ja immer noch am Leben. Nimm deinen Schlitten mit. Ich muss mal kurz umstellen. Sollen wir da uns vielleicht, äh, inzwischen achten? Äh, Crouching, wo sind Crouch's? Crouch? Steuern links? Äh, passt. Ja, aber erst. Steuerung! Ja, so. Ich komm. Was, ey, ich kann mal auf jetzt Dino spielen. Jetzt geh irgendwie schon auf die Finger. Da vorne ist... Da vorne ist irgendwas. Ja, ich hab ja wie immer gesagt, wir suchen uns echt einen safe place, man. Irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es innen im Wald der Safe-Seil. Ja, klar. Du bist noch in der Höhle, oder? Ja, aber guck dir mal an, hey. Wir waren jetzt halt nicht so weit weg vom Flugzeug wahrscheinlich, ne? Was ist das hier? Ich will heute eine Anhöhe haben. Da hinten sind Container. Echt? Ja. Vielleicht kann man da was Gutes aufbauen. Aber ich hab Hunger und Durst, laut dem Scheiß-Ding. Ah, ich kann hier hochklettern. Oh, Mann. Das ist so'n Vogel... Das ist so'n Krämen, das denn. Du hast zum Gucken. Ja, so'n Aussichts-Ding. Geil. Vergiss es, Anakin! Ich steh' über dir! Da hinten ist ein Schiffswrack oder so. Warte mal, wir sollten erstmal schauen, wo wir heute überdachten, Michi. Geil. Du mit deinen Scheiß-Karren. Überall Bäume. Aber nee, der muss sein. Geh auf zu den Containern jetzt. Sag mal kurz, wo könnten wir das nächste Ding aufbauen? Weiß ich nicht. Ist das hier ne Scheiß-Idee da, wo der Aussichtspunkt ist? Nee, aber vielleicht bei den Containern. Vielleicht sind wir da sicherer. Meinst du? Ja. Container sind aus Metall. Hast du versucht, Metall zu erschlagen? Naja. Okay. Hier ist ein Schädel aufgespießt. Ja, dann ist es bestimmt cool, dass wir dahin gehen. Die sind da bestimmt nicht. Oh, ich glaube, wir haben die Stewardessen gefunden. Was zur hell ist das denn eigentlich? Alter, das ist so abgefuckt. Aber die Leichen müssen älter sein. Äh. Alter. Michi, komm mal bitte zu mir her. Ja. Äh. Äh. Was ist das? Ich komme. Oh Gott, du bist wie am Arsch der Welt. Ähm. Vor mir sind zwei Einheimische, die nichts tun. Ja. Wie die nichts tun? Die nichts tun. Okay. Das ist diese Advanced AIK. Siehst du das? Ja. Aha. Und jetzt? Und jetzt? Ja, jetzt. Wenn es nur XP geben würde. Ja. So. Das wärs. Jetzt müssen wir auf jeden Fall. Oh. Hier sind zehn, ey? Ja. Wir haben ein paar ausgeschlagen, den Leuten. Ich bin zurück zu dem Container. Da könnte was drin sein, was vielleicht wichtig ist. Okay. Michi, wir sollten auf jeden Fall, ähm. Du hast dich mit deinen scheiß Karten einfach stehen lassen. Okay. Ey, hier sind lauter Koffer. Hast du's gesehen? Die sind noch gar nicht auf. Ah, okay. Dann machst du die Koffer, ich mach die Container. Oh, das sind aber viele Koffer. Ja, ich mach da nix. Ich weiß nicht, aber das Problem ist, du kannst wieder nicht alles tragen. Ja gut, Steine und Stöcke, das ist ja kein Stress. Alkohol kann ich auch nicht mehr tragen. Ja gut, Alkohol hab jetzt auch zwei Fläschchen. Ja. Ich hab jetzt auch... Tape hab ich. Schaltkreise. Äh, hier. Ich kann ein Ding nicht aufsammeln. Ah, warte kurz. Okay, also Schaltkreise lieben sie. Hier ist ein Leguan. Okay. Aus dem kann man irgendwie so ne Rüstung, glaub ich, craften. Echt? Ja, aus der Haut von dem. Oh, er läuft weg! Nein, er läuft weg! Nein, er läuft weg! Äh... Ja man, ich hab Leguanhaut. Oh, die kann man ja komplett verwerten, Digga. Mhm. Was ist denn das? Ist das etwa ein Hase? Hase! Da hinten ist Schnee. Das heißt, da können wir schon mal vergessen hinzukommen. Alter, ich hab einen Hase erwischt. Du bist ein Monster! Ich hab einen Hasen erwischt und hab ihn gehäutet. Oh, den lass ich mir heute schmecken. Oh nein, das ist schon wieder zwei Spasten! Oh, super. Alter, die ganze Küste ist voll von denen. Ja, dann macht's Sinn, das Lager aufzuschlagen. Ja. Ich hab einen Fleckchen suchen. Jetzt warte mal kurz. Kann man nicht irgendwo ein Baumhaus bauen, Michi? Ich hab jetzt mal hier diesen Scheiß. Guck mal, das ist ja gar nicht mal so dumm, dieses Teil hier, was ich jetzt hab. So. Jetzt bauen wir einfach mal ein... So. Haus. Firewood. Warum gibt's bloß eine Seite, oder was? Ich denk's auch nicht. Vier Stück. Dann müssen wir auch erst eins in den anderen bauen. Also erst mal die große Hütte und dann wird vielleicht eine neue Seite freigeschalten dadurch. Ich weiß es nicht. Foodfire. Ich hätte gern einen... Oh Gott, hast du mich geschockt. Du stehst ja vor mir. Wie kann man... Alter, man kann ein Hausboot bauen. Ein Hausboot? Deshalb? Und eine Large Raft. Und oben kann man dann mit Treppe ein Haus bauen. Boats. Ah, hier Alpine Treehouse. Wo hast du das gefunden? Äh, bei Construction Ganschen. Ah ja, und hier Treehouse. Bei was? Shelters. Also bei Elevators. Genau, und dann musst du voll weit nach unten scrollen. Äh... Ich weiß es immer noch nicht. Also Boats, Signals. Bei Custom Builder. Ah, okay. Ja, genau. Und dann, ähm... Okay, dann machen wir das doch mal. Äh, Tree-Plattform? Ja. Oder mal... Treehouse. Aber hier scheiße. Weil hier sind glaube ich keine Schürkröten. Doch, da unten sind aber nicht vorne. Ja, wir brauchen auch Schürkröten. Aber Quatsch. Bei deinem Container habe ich schon Kröten gesehen. Dann... Zoom uns aber mal hier einen großen Baum. Komm, wir bauen jetzt ein Treehouse, ja. Ja, ich baue jetzt eins. Wo? Nehmen wir das... Nehmen wir das hier gleich hier. Guck mal hier, guck mal hier. Das erste Baum. Der hier, der da. So? Schau mal. So? Lass mich... Ich seh's nicht, was du machst. Ach so. Ähm... Also ich hab den Baum vor mir genommen. Da steht's schon. Der hier. Ja, da steht's auch. So, wir brauchen jetzt 35 Holz. Auf geht's. So. Äh... Ja, hier, hier. Schalter, Alter. Was ich schon mal machen kann, ist, äh... Ich hab noch einen Schürkrötenpanzer. Und den schlechten Zinn. Hast du schon mal ein Lagerfeuer entstanden? Der läuft in den Leguan. Geh her, du. Geh her, du. Ah! Ja, ich... Ich wollte das mal... Ach so, holst du's heute, oder was? Ja. Weil... Ja, dann nimm doch mein Ding mit. Mein Pfad, der war es heil. Schau, wie viele Bäume um uns herum sind. Ich baue das Ding noch nicht. Ich hab doch das Ding. Ich hab's mitgenommen. Ja, aber ich brauch's nicht. Okay. Ja. So, Baum fällt. So, ich baue danach einen kleinen Feuer, weil... Ah, da kam gleich viel Dinger raus. Weil dann, hier im Baumhaus, grüß ich dieses Saal gefunden habe. In den Containern. Okay, du hast das Teil hier. Genau. Kannst du ein Lager vorerstellen? Ja, mach ich, mach ich, mach ich. Mach ich mal ein Bonfire, oder? Großes gleich, oder? Ja, mach mal ein großes, genau. Aber guck, das Bonfire, kann man da Eisen auch machen drauf? Schon, oder? Klar, Feuer ist Feuer, hätte ich gesagt. So, ähm... So, wo willst du's haben? Hier oben auf der Anhöhe, oder? Ja, mach mal hier, genau. Das wir's kriegen sehen können. Ja, mach mal hier. Das, das ist noch ein Räumchen. Da haben wir jetzt, ist der Schmoll. So... So... Ich brunge gar nicht, ne? Ja, ich auch. Das Lagerfall zuerst machen. Jetzt fall um! Jetzt... Ah, man kann es lenken, ne? Ja. 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 Wohin der Baum fällt? Okay. Indem du ihn anstupst. Ah, okay. Wie viel kann der auf einmal tragen? Warum, Stimme? 2, dachte ich. 3! 2! Okay, ein noch. Hier hinten liegen zwei. Passt. Passt. Passt? Ich hab verhört. So. Aber hey, wir haben schon zwei Nachtüberlebt. Ah, scheiße. Yeah, also... Ich hab mal hier, ähm... Bonfire angezündet. So. Ich hoffe, dass man da drüben was zum Essen draufmachen kann. Ähm... Ich hau mal Lego an drauf. Ja, Mann. Äh, ja... Toll, kann man nicht. Man kann... Man kann da kein Essen draufmachen. Was? Ja. Das ist nur ein Lagerfeuer. Dann, okay. Warte, ich baue eins. Ja. Basic fire. Items needed. Ah, ne, warte mal. Wir Depp mal. Wir hatten Fire Pit machen. Wir sind dumm, Alter. Ja, aber was ist das für ein Schwachsinn hier mit dem Bonfire bitte dann? So, also wir nehmen... Daneben machen wir... Risiges Feuer. Ne, das zählt nicht. Da kannst... Das ist halt Feuer, aber trotzdem gibt es nichts zum Essen machen. Okay, wir brauchen nur noch einen Stock. Stock? Hab ich. Ein... Ein... Ein Stock. Und dann... Zünd an die Scheiße und dann schmeiß es gleich drauf. So. Hase legt drauf. So. Schrockenfleisch legt auch drauf. Unten doll hab ich noch hinter sich auch geschmissen. Ja, um das ganze abzusegnen. Okay. Ja, so jetzt haben wir hier absolut ein riesen Feuer hingestellt. So. Ja, das ist halt schön. Das... Absteckung. Ähm. Ich brauche meine... Axt. Ähm. Wir müssen unseren Baum ausfällig stellen. Ja, ich bin ja dabei. Keine Angst. So. Alter, noch 15. Leck mich am Arsch. Ich stuppe mal das da. Ich komme mir vor wie bei Minecraft, Junge. Ja, Minecraft ist nicht so abgefuckt wie das hier. Ja, also das ist echt schwer, muss ich sagen. Ja, nicht nur schwer, aber... Gestörte. Christen Menschen und so'n Scheiß. Oh. Okay. Äh, Michel, unser Essen ist fertig. Ich hab schon was gegessen, ja. Ah, okay. Oh, cool. Ich auch. Ja. Ähm. Wir haben nichts zum Trinken mehr. Ja. Das könnte auf Dauer eventuell ein Problem werden. Ja, ein Stroke steht schon, aber mehr kann ich grad nicht machen. So. Stickies. Wo sind denn hier... Hä, das kann doch jetzt sein, dass da nur zwei Dinger rausgefallen sind, Alter. What? Ach, hier was? Loll. Das ist das Baumhaus aber nicht sehr hoch, ne? Das ist egal. Das ist ein Seil, da kommt keiner hoch. Meinst du? Ja, also ob die Saale klettern können. Also ob die Saale klettern können. Mach mich klarisch, ich hab keine Ahnung. Was? Das sind die letzten Beine, die wir brauchen. Der ist ja vor Augen schieben gefallen. Alter, ohne Scheiß, einfach knapp, gell? Man kann versterben dadurch. Ja. Bei mir bist du, also, der Freund ist geworden eigentlich. Cool. So, wir haben ein Bauhaus. Wir haben uns abgegradet. So, und ein riesen Lagerfeuer. Ja. Jetzt haben wir eine Kochstelle. Ich geh mal kurz an den Stand. Vielleicht gibt's noch Schökröten. Naja, ich komm mit. Wir haben noch Zeit. Ja, das wird reichen. Dann auf einen Stubbier. Gut. Ah, Prost. Prost. Next collected. Sehr gut. Snacks lang da. Einfach im Stand. Schökröte. Ah! Gewalt ist eine Lösung. Ja, mal dir. Schön auf deinem Stand. Schädel. Da mehr, du. Ja, hier sind Leiterplatten. Bitte? Hier sind noch mehr Leiterplatten. Bitte? Ja, aber ich hab nur fünf, die ich mitnehmen kann. Mir ist ein Karton hier entgegengeflogen gekommen. Medikamente waren jetzt drin. Was ist jetzt hier los? Was ist hier auch drin im Wasser? Ja, äh, nicht ganz im Wasser. Nee, da war ich nicht schön. Tja, jetzt können die Spaß kommen. Sie finden nichts. Ne, die Spaß ist können und nicht kommen. Die können nicht kommen, aber jetzt sind wir da oben sicher. Hier ist noch eine Schlittgröte. Ja? Soll ich die mal, ähm... Ja, ich hab schon wieder ein weiteres Schlittgröte hingestellt. Wir machen einfach so viele, dass wir nie wieder Durst haben werden. Und wenn wir auf zehn Stück hinstellen. Scheißegal. Alter, wie zur Hölle. Ah, okay, auf den Kopf. Jetzt versteh ich's. Ja, auf den Kopf. Und dann kannst du die häuten und dann schmeiß ich den Schlittgrötenpanzer weg. Und den kannst du dann aufnehmen. Gut. Okay, ich glaub... Ja, ja, let's get the fucker. Ab. Ja, was ist hier noch? Das... Naja, auch solche Leiter. Weiß drauf. Aber das ist ja ganz schön hell da, was wir gemacht haben. Hätten wir das vorher wieder aussaßen sollen. Ach. Wie gesagt... New Animal Discovered, okay. Scheiß Möwen. Ich geh jetzt ins Baum hoch und gepinkelt. Gleich auch. E. Ach, man muss das selber hochklappen? Ja. Toll. Jetzt du wartet. So, aber vielleicht legen jetzt auch mal nach, dann haben wir Glück und dann... C. Toll. Super, Michi. Ja, noch... Oh Gott. 1, 2, 3, 4. Es sind vier Stück. Super, wir sind wieder gefickt. Nein, sind wir nicht. Ja, gut, wir haben diesmal ein Baumhaus. Ich weiß nicht, dass wir hier oben sitzen. Dumm. Du hast so ein Stück... Hast du dir seinen hingestellt noch? Nein. Nein, ich nicht. Aber ich hab ihn. Ey, was ist... Ja, Turtle Shield. Und ein Topf und Leguan und so ein... Was ist denn eigentlich? Combine. Was kann man eigentlich machen da? Ich check's nicht. Combine. Weißt du, mit was man sich Rüstung machen kann, so ein Scheiß... Nein. Komm wahrscheinlich alles erst im Logbook. Aber ich geh's echt pinkeln. Ich komm gleich. Ja, das mach ich auch. Warte, ich... Ja, aber scheiße, Mann. Wir nehmen auf. Egal. Ähm... Schlafsimulator. Gleich wieder zurück. Egal. Schlafsimulator. Schlafsimulator. So, sind wir schon tot? Schon gefressen von Kannibalen? So. Verzeihung, Verzeihung, diese Pause. Das ist sehr unprofessionell, was wir da machen. Hast du auch nicht da gewesen? Nein, ich war auch pinke. Der Zuschauer hat gerade so drei Minuten lang ins Leere geguckt. Drei Minuten waren es doch nichts. So. Was ist jetzt hier mit... Ich möchte gerne wissen, was wollte ich denn? Wegen Haut von den... Ja, genau. Wie kann man Haut... Custom Building, Furniture... Alter, man kann sich einen Stuhl bauen. Was ist denn mit dem schönen Wohnen, Alter? Ah, dekorativer Skull. Alter, man kann sich einen Kronleuchter aus dem Knochenkopf hier machen. Gib dir den Scheiß. Das ist doch geil. Und Vogelhaus. Ich geh scheißen. Ich geh hier echt scheißen. Vogelhaus ist wichtig, oder? Da kannst du... Rope Swinging Trap. Das ist geil, oder? Und Stacheltrap. Oder leck mich am Arsch. Alter, die... Oh, hörst du's? Ja. Michi? Äh, Defensiv Spikes. Das... Das wär doch was, oder? Ja, die sind da unter uns. Ja. Das wär Spaß. Ja, weil sie wissen, dass wir da sind. Wissen sie nicht. Och. Jetzt wissen sie's. Ähm. Ja, das machen wir mal. Diese Spikes find ich gut. Kann man auch nennen. Ja, also hier wachst du, weil die... Die brauchen nämlich lang, ne? Advanced Traps. Advanced Trap. Ja, aber ist das nur einmal? Happy Birthday Trap. What? News Trap. Ah. Wo bist denn du? Ah, hier, der Mech. Ah, Defensive Spikes, ja. Ja, die sind einfach zu machen, glaube ich, ne? Ah, Defensive Wall, okay. Ah, Large Raft. Alter, Vögeln die oder was machen die da draußen? Nee, die sind einfach spaßig. Bin jetzt mal gespannt, ob wir überhaupt schlafen können. Nee, ich glaube, dass die Zeit anhält, ne? Das läuft schon weiter. Wart mal, Ewixer, oder? Nächstes Mal, wenn du hierherkommst. Dunstens, siehst du die? Ja, ja. Wenn sie nächstes Mal herkommen, dann, äh, haben wir Defensive Wall aufgestellt. Also jeder auf den Lego an der Ruhme nachts am Ende. Mhm, ich muss auf jeden Fall unseren Spieler bedienen. Shelters. Was hast du für eine Idee, was wir jetzt noch bauen können? Ich glaube, die sind weg. Rafting. Ich muss was trinken, hilft nix. Wir haben nichts zu trinken. Das Ding fühlt sich nur auf, wenn's regnet. Ich probier, ob ich noch ein Ding einbaue. Rine Garden Rabbit Cage. Rine Racks. Bissl, also irgendwie, ist das alles? Gute nicht mehr dazu? Ich hab' noch eins hingestellt. Mhm. Jetzt haben wir dann drei Stück. Das müsste reichen, oder? Mhm. Ohne die Regenball ist eh nix. Ohne hinten sind die Spasten. Ähm, ich komm mal wieder hoch. Das ist mir doch ein bisschen zu... Du, Intim? Ja, die kommen nämlich jetzt grad hoch. Weil ich kam, und dann kamen sie auch glatt hier. So, ich hab' auf jeden Fall Durst. Ja. Ähm, und ich will nicht, nicht Alkohol saufen. Komm, gönn wir uns. Was trinken wir jetzt? Ja, was trinken wir jetzt? Ja, das ist das Problem, genau. Also mein, mein Trinken ist halt wirklich sehr am Arschen. Ja, ich geh' schaden jetzt, weil ich lustig bin. Ich glaub, dass man so auch nicht trinken, äh, schlafen gehen kann. Ah, das ist jetzt. You're cold and wet. Was, wie kann ich mit dem Nasser, wenn ich in so einem Gebäude bin? Ja. Stimmt. You're cold and wet. Build a fire to get dry. War schon. Aber mich hier, jetzt regnet es jetzt, wir müssen so runtergehen. Äh, die sehen uns übrigens, ne? Sollen sie machen. Ihr könnt aber nicht... Äh, Michi, das sind keine, äh, Dinger mehr. Das sind die Arschlöcher. Das sind die Hardcorer. Na, das sind die zwei Spasten, die machen wir nur schon. Ja, und was machen die jetzt unten? Weiß nicht, umanieren? Kommen die da hoch? Glaub nicht. Tau, ich will sterben, ja. Ich muss mich gleich aufheben. Äh, 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 ich darf schon, ey. Oh, es ist Priest. Kam hier oben Feuer, war Michi? Äh, ich weiß es nicht. Das möchte ich jetzt wissen. Ich glaube, man muss jetzt aufheben. Ja, ich bin down. Im Ernst jetzt? Ja. Soll ich machen. Okay. Ich hoffe, ich. Danke. So, kurz. Ich brauch zwei Stickies, Mann. Zwei Stickies. Hast du Stickies? Komm her. Äh, müsste ich haben. Oh, ja. Schau, die haben Michi. Geil. Ja, wieso nicht? Hier oben. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber ey. Sind wir jetzt immer noch gefreezed? Nee. Nee, sind wir nicht, ne? Haha, ihr Spackkos, sie werden nicht sterben. Äh, wir können schlafen übrigens. Sollen wir schlafen? Ja, definitiv. Jetzt haben wir lassen sie uns schlafen, wo du nicht. Ja, haben sie. Geil. So, runtertrinkt Michi. Was ist das Essen? Ja, man kann trinken. Komm her. Ich komme. Ist alles voll. So, aber wir haben Hunger. Ich habe oben noch ein Fleisch von der Schluckhütte. Das kannst du holen. Äh. Ja, Mann. Jetzt will ich was gucken. So, okay, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Okay. Gut, ich bin voll. Ich bin voll mit trinken und voll mit essen. Das heißt, wir können jetzt jede Schandtat bereit. Custom Floor. So, Michi, wir bauen jetzt erst mal Anti-Terror hier. Genau. Tree Platform. Vielleicht. Äh, wahrscheinlich. Aber ich habe kein, kein, ähm, kein Seil mehr wahrscheinlich. Fuck! Achso, für das ist jetzt eine Seil gebraucht? Für diese Hütte? Okay. Okay. Mit Tree Bridge. Die Platform. Bomben. Sticky's. Gut. Was machen wir jetzt jetzt? Ähm, ich hole nochmal einen Schildkröten-Panzer. Okay. Was mache ich hier dabei? Ähm, keine Ahnung, eine Wand bauen, dass die nicht zu uns lang kommen. Das ist eine gute Idee. Irgendwie irgendeine Seite abspüren oder diese Spitzenabwehrdinger, genau. Die können wir gebrauchen. Okay, wo bauen wir die hin? So, halt, zum Wald hin. Zum Wald hin? Ja, halt ich gesagt. Aber, da müssen wir, okay, dann wickse ich erst mal. Oh, ne, Schildkröte, ja. Okay, dann wickse ich erst mal die Bäume hier weg. Das ist richtig geil mit den ganzen Schildkröten. Das Problem ist, das Problem ist halt, wir müssen jetzt echt die Verteilung aufstellen. Ja. Alles gut, ich habe, ich habe heute schon irgendwas dran. Aber es ist gut, dass wir oben unser Lagerfeuer haben, weil wir dann erstens nicht erfüllen können und zweitens auch Essen spontan machen können. Ich wollte halt einen Platz von oben ausbauen. Aber das Lagerfeuer da oben ist ein temporäres, das hält nicht lange. Naja, wir können es jetzt halt anzuhören, ich habe genug Ähm, Äste und so einen Scheiß. Ähm, Blätter mache ich zum Anfeuern. Okay, unser Bonfeuer ist zusammengebrochen. Ja, weil die Äste draufgefallen sind. Ach, du Scheiße. Ja, deshalb, ich habe vergessen, das Ding zu lenken. Aber das Bonfeuer haben wir nicht gebraucht, oder? Natürlich, das war eh scheiße. Oh ja. Oh ja, unser Schildkröten-Dinger sammeln sich gerade richtig gut. Leguan gespawnt! Was ist da gespawnt? Leguan, scheiße, das ist so schnell. Ich will noch einen Schildkröten-Dinger, weil da kriege ich auch eine Nahrung raus. Okay. Da wird schon lange noch unsere Grundbedürfnisse erfüllt, weil hier kann man uns... So, also ich mir hier noch, äh, einen Baum weg. Ich will wissen, ob man oben plattformen bauen kann. Oder bauen wir echt da zum Baum. Dass du vielleicht nicht alle von mir näher von unserem Haus zerstörst, wenn es noch machbar ist. Okay, ja, den, den einhaue ich jetzt um und dann... Man, dann kann ich vielleicht, äh, kann man die Plattform bauen, dass wir oben unsere ganzen Sachen platzieren. Okay, machen wir. Aber ich will es mir doch noch einen Schluckhütte jagen. So. Warte, wie kriegen wir uns mit einem Fallen oben dann bitte her? Das Seil ist ja hier anscheinend auch nicht unendlich. Nee. Oh, hier sind noch Ding... Bäume. So Kauen extra, weil er ein bisschen, äh, freundlicher. Schwerer, aber freundlicher. Oh, liegt hier Alkohol. Ja, nimm mit, Alter, was du kriegen kannst. So. Okay. So, ich baue jetzt das erste Mal zur Verteidigung. Es war ein Bier. So, wo ist denn das zur Verteidigung? Hä? Wo war das? Ähm... Das war bei... Genau, Custom... Und dann heißt es, äh... Ne, wo war das? Keine Ahnung. Alter, was ist denn da ein alpines Treehouse? Noch geiler, hä? Ja, aber da war gleich unsere Ressource nicht, was zu sehr beschränkt. Find the missing plane passengers. Das ist unser nächstes Team, Michi. Ja, werden wir bestimmt finden. Ja, garantiert. Ich glaube schon, wir werden finden. Nur nicht lebendig. Das war nicht die Aussage. Alter, wo ist denn die Verteidigung hier? Furniture, Custom, Storage, Food, Shelters, Small Traps. Ah, da, bei... Ah, hier, ja, ja, ich hab's. Ein lila Ding und dann hast du das hier. Okay. Defensive Spikes. Ähm, R drehen. In welche Richtung? Ah, die gehen links oder rechts, die Spikes? Ja. Okay, also dann, pass auf, dann... Halt, Scheiße. Ähm... Gefuckte Scheiße. Wo ist es, da ist es... Ah, kommt auch mal wieder Schülkröte, oder... Ja, was ist hier los? Ähm... Michi, komm mal her, wo soll ich das hinstellen? Warte, ich komm schon... Mal, ich finde ich eigentlich gar nicht Schülkröten hier. Wo steht das? Ich hätt's einfach gesagt, ich hätt's einfach immer so gebaut. Schaust dir mal, ob das so passt? Jo, ich komm. Hey, Moment, zumindest. Michi ist bestimmt ein Genie. Komm schon. Kann man das nicht zerstören, diese Spieldinger? Von den anderen. Nein, man kann's nicht zerstören. Weil ich wollte das Seil davon haben. Ah, okay. Wäre geil gewesen. 40 Minuten läuft schon wieder. Ah, okay. Ich würde sagen, wir machen eine Aufnahmepause. Mhm. Und sagen... Wir danken uns fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal bauen wir unsere Verteilung aus. Bis dann. Tschüss.